Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Express. Heute brauchen wir ein neues Tool, damit wir vernünftig APIs entwickeln können. Denn ja, APIs sind eigentlich nicht dazu gedacht, dass der User sie wirklich selbst anspricht. Der User meint natürlich den Webbrowser, den wir uns letztes Mal genauer angeguckt haben. Hiermit kann ich eigentlich, oder mache ich standardmäßig eigentlich nur eine Art von Request. Und wenn wir uns das nochmal ganz kurz angucken hier, wenn ich hier drauf zugreife, dann mache ich hier immer einen einzigen Befehl, nämlich einen Get-Befehl. Das hatten wir uns ja letztes Mal schon angesehen. Und zwar hier sehen wir Request-Method-Get, Page-Hook, Request-Method-Get und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt hier wirklich einen Post-Befehl mit meinem Browser machen möchte, dann brauche ich quasi ein Formular, um das zu machen. Und ja, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, sowas wie Curl oder auch irgendwie Tools wie Burp Suite können solche Befehle simulieren. Aber ich empfehle eigentlich immer ganz gerne Postman. Das habt ihr wahrscheinlich bei mir noch gar nicht so unbedingt mitbekommen. Aber Postman ist ein sehr, sehr mächtiges Tool, um APIs zu entwickeln. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an. Das heißt, Postman, ihr müsst euch, also ihr geht erstmal auf postman.com und ja, da gibt es Pricing, aber es gibt auch eine kostenlose Variante. Wir werden hier nur die kostenlose Variante benutzen, also ihr müsst keinen einzigen Cent dafür bezahlen. und ihr könnt hier unten mit Product-Get-Started-For-Free, könnt ihr euch das Ganze dann runterladen. Das heißt, ihr könnt hier die Postman-App runterladen oder ihr könnt aber natürlich auch Postman im Webbrowser verwenden. Das ist das, was wir hier gerade tun. Wobei ihr, wie gesagt, selbstverständlich auch gerne die Postman-App runterladen könnt. Ihr müsst nicht mal was installieren. Ihr müsst es einfach nur runterladen und ausführen. Und wenn ich es, also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es eben die Postman-App. Die ladet ihr runter und startet sie, sieht dann so aus. Also wenn es dann quasi da ist, dann sieht die App ungefähr so aus. Und damit könnt ihr auch alles soweit machen. Ist im Endeffekt wie die Webseite, nur halt bei euch auf dem Rechner als App. Das zweite ist, ihr könnt euch hier den Postman-Desktop-Agent runterladen und den starten. Und das Ganze dann über web.postman.co starten. Ihr müsst euch in beiden Fällen einloggen bei Postman. Das ist leider einfach so, aber das geht relativ schnell und wie gesagt, kostet auch nichts. Und dann könnt ihr hier Befehle simulieren sozusagen. Das heißt, einmal hier ganz kurz das Web-Frontend. Da bekommt ihr hier im Endeffekt direkt eine Tour. Und hier oben könnt ihr dann die URL eingeben, wo ihr drauf zugreifen wollt. In meinem Fall, ich habe einfach mal das von hier drüben kopiert. Habe das hier eingefügt und dann sehen wir hier, okay, wir bekommen eben Halo Express als, naja, H1 zurück. Also das ist quasi das Source-Code, den wir von der HTML-Datei zurückbekommen, äh, von der API zurückbekommen. Wir können hier drüben aber auch wechseln auf Post, Put, Patch, Delete, Copy, Head, Options, Link, Unlink, Purge, Log, Unlock, Prop, Find und View. Tatsächlich in der Praxis, wir werden nicht mit mehr arbeiten als Get, Post, Put und Delete. Das sind die wichtigsten Optionen hier, aber dazu kommen wir gleich. Ihr könnt hier dann einfach auf Send drücken und dann wird dieser Befehl ausgeführt. Ihr könnt hier auch sehr, sehr einfach das Ganze natürlich editieren. Das ist quasi eure URL. Und jetzt kann ich hier drauf zugreifen, mache hier einen Send und bekomme natürlich trotzdem Halo Express zurück. Das würde ich im Browser auch bekommen. Dieser Request unterscheidet sich null von dem, was euer Browser macht. Aber wir sehen hier natürlich, wir haben gesagt, wir würden gerne immer mit Halo Express antworten. So, jetzt wenn ich hier auf Post umstelle, dann haben wir schon ein bisschen einen anderen Request als das, was euer Browser euch liefert. Denn wir haben hier einen Post Request. Der Browser macht immer einen Get Request, außer in sehr, sehr seltenen und speziellen Umständen. Und dementsprechend ist das hier natürlich etwas Besonderes. Aber für eine API ist es extrem wichtig und extrem wertvoll, dass man hier umstellen kann zwischen Get, Post und so weiter und so fort. Mit der Desktop App sieht das Ganze im Endeffekt genau gleich aus. Das heißt, ich kann hier ganz einfach sagen, ich gehe hier mal unter, also wenn ihr irgendwo anders hingegangen seid, unter Home, auf Workspaces, hier dann auf Create Workspace zum Beispiel, wobei wir das in dem Fall gar nicht brauchen. Wir können hier einfach My Workspace aufmachen. Und ja, jetzt haben wir hier quasi alles, was wir brauchen. Und jetzt können wir hier meine APIs, Environments und so weiter und so fort überwachen. Dazu kommen wir noch. Also das wäre, das müsste ich jetzt hier tatsächlich als quasi extra Tutorial machen, um euch hier die ganzen Funktionen von Postman dann auch vorzustellen. Deswegen, wir werden, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, ihr könnt mit den Dingen hier arbeiten. Das funktioniert wunderbar. Wir werden aber hier eigentlich hauptsächlich mit dieser Web-Variante arbeiten, die halt hier auch schon alles zusammenstellt. Wie gesagt, hier unter Collections, also ich meine, über Web könnt ihr auch die APIs, Environments und so weiter und so fort euch angucken. Aber uns reicht hier eben dieser kleine Befehl hier, wo wir einfach nur ein Get- beziehungsweise ein Post-Request senden können. So, dementsprechend brauche ich das hier nicht mehr. Okay, jetzt, warum würden wir das wollen? Beziehungsweise, was sind eigentlich diese verschiedenen Request-Methods? Ich habe gesagt, wir haben Get, Post, Put und Delete als die wichtigen. Die anderen benutzen wir quasi nicht. Ähm, und das ist auch richtig soweit. Die anderen gibt es natürlich trotzdem. Was wir hier jetzt allerdings gesagt haben und was wir hier auch gesehen haben ist, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hier mit Post oder mit Get drauf zugreife. Das ist aber in den wenigsten Fällen der Fall. Normalerweise unterscheiden sich die Dinge und das liegt an diesem All hier drüben. Das All sagt, ey, egal was für eine Request-Method das ist, bitte einfach mit Hallo Express reagieren. Ist völlig egal, was da reinkommt. Und wir gucken uns jetzt mal ganz kurz in unserem Run tatsächlich den Request an. Das heißt, wir sagen hier Console.log und wir packen hier einfach den kompletten Request rein. So, und, ähm, das wollte ich speichern. So, und wenn ich jetzt hier einen Request, sagen wir einen Post-Request hier rein sende, dann sieht das so aus. Wir haben hier einen Post-Request. Bekomme ich mal ein bisschen größer hier. Ähm, und wir sehen hier, ähm, da, 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 Methods. Also, ACL true, bla, 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 get true. Ähm, und post true. Also, wir sehen hier, der Request, der ist komplett einfach true. Die Route, ja, die ist auf path alles. Also, das heißt, wir nehmen auch, egal wo wir hingehen, nehmen wir einfach alles an. Ähm, so, und jetzt kann ich das natürlich hier ein bisschen kleiner machen. Ähm, ich, ich mach das tatsächlich mal komplett weg. Jetzt kann ich hier natürlich einfach sagen, ey, ich möchte eigentlich, ähm, das Ganze unterscheiden. Ich möchte vielleicht nicht alles mit All beantworten, sondern ich unterscheide zwischen Get, ähm, und wir machen das hier tatsächlich einfach mal per Copy-Paste hier. Ähm, da, oh, ja, das sollte ein App sein. Ich hab das auch nicht mit kopiert. Dann haben wir App, wir haben, also, Get, Post, Put und Delete. Delete. So, und jetzt überlegen wir uns mal Folgendes, was ihr vielleicht aus dem Clean Code kennt, beziehungsweise aus dem, ja, quasi Software-Techniken. Das hier, also, das Ganze ist im Endeffekt die CRUD-Methoden, ja. Ja, CRUD-Methoden sind Create, ähm, also CRUD, ganz kurz, CRUD schreibt sich so. Create, Read, Update, Delete. So, ähm, und jetzt können wir uns das Ganze mal überlegen, was ist denn eigentlich CRUD? Also, was, was genau sind denn die jeweiligen CRUD-Methoden? Naja, Get ist ja im Endeffekt, ähm, man, man fängt ja leider nicht mit dem C an, sondern Create wäre das Ganze, also, wenn wir einen, einen Post machen, also, ganz klassisch quasi, das hier ist unsere C-Methode in CRUD, das ist unser Create. Unser Get ist im Endeffekt nur zum Lesen da, das ist das, was Webbrowser eigentlich immer machen wollen. Und, ähm, unser Put ist natürlich zum Updaten, Update, und unser Delete, wow, wer hätt's gedacht, ist zum Deleten da. So, und dementsprechend haben wir unsere CRUD-Methoden hier, wo wir aufteilen können. Wir können hier sagen, ey, wenn wir was lesen wollen, dann ist es ein Get-Request. Wenn wir was createn wollen, also irgendein Objekt in unserer Datenbank, irgendein User, der gerade erstellt wird, solche Sachen, dann machen wir ein Post-Request. Wenn wir Sachen updaten wollen in unserer API, machen wir ein Put-Request. Und wenn wir Sachen entfernen, also deleten wollen, naja, dann machen wir halt ein Delete-Request. Und all diese Dinge, ähm, spiegeln sich dann natürlich auch in der Dokumentation wieder, das heißt, mehr als diese vier braucht man eigentlich auch nicht unbedingt, wenn man CRUD machen möchte. So, in unserem Fall ist das jetzt nicht wirklich ein Unterschied. Ähm, für uns ist irgendwie immer noch alles gleich. Wir arbeiten jede, oder wir geben jedes Mal Hallo Express zurück. Wir wollen jetzt allerdings hier mal ganz kurz sagen, Hallo Get-Express, Hallo Post-Express, Hallo Put-Express, und natürlich Hallo Delete-Express. Hi, Delete-Express. Naja, okay. Ähm, was jetzt passiert ist, also wenn ich hier diesen Post-Request sende, dann kommt hier ein Hallo Post-Express zurück. Wenn ich einen Get-Befehl sende, kommt ein Hallo Get-Express zurück. Wenn ich ein Put sende, kommt natürlich ein Hallo Put-Express zurück. Und was passiert, wenn ich jetzt einen Patch sende? Hm. Dann kommt ein Error zurück. Also, Cannot Patch slash GNM bla bla bla. Und genau dasselbe passiert selbstverständlich auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Post rauswerfen würde, dann kommt hier natürlich ein Error zurück. Das heißt, das ist, als würde es nicht gefunden werden. Die Request-Methode ist genauso wichtig wie die URL. Das heißt, wir sagen hier, okay, Post wurde unter dieser URL einfach nicht gefunden. Das existiert halt einfach nicht. Und das ist völlig fein. Ähm, das ist gar kein Problem. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja, dass diese Methoden genau das widerspiegeln. Wenn wir jetzt unseren Express-Server mal kurz nochmal angucken, dann steht hier immer noch Hallo Get-Express. Während, wenn ich jetzt einfach mal unser Get rauslösche, Achtung, dann bekommen wir hier selbstverständlich auch ein Cannot Get und dann eben das da. Und ja, das ist im Endeffekt, das sind die HTTP-Methoden, mit denen wir arbeiten wollen. Und eben mit Postman können wir diesen ganzen HTTP, beziehungsweise diese ganzen HTTP-Methoden auch wirklich unabhängig voneinander anfassen und verarbeiten. Ähm, und deswegen, ja, benutzen wir jetzt eben dazu Postman. Okay, ähm, also soweit zu den CRUD-Methoden. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen unschön, dass wir hier einfach alles eingeben können an URLs. Das heißt, wir können hier immer noch sagen, ey, wir wollen auf GNM, KJ, bla 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 zugreifen. Und es kommt genau dasselbe raus, wie wenn wir auf, äh, Users zurückgreifen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Es kommt einfach immer Hallo Post Express zurück. Ähm, das werden wir selbstverständlich auch noch angehen. Das nennt sich dann Routing. Heute, wie gesagt, waren es einfach nur die HTTP-Methoden. Okay, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018